Digga, du hast dich vor deiner Trap gerettet. Was? Peace! Oh, du Scheiß. Innerhalb von einer Sekunde sterbe ich, weil ein Roboter auf mich Raketen schießt und ich nichts höre. Ich play's gut! Ich play's gut! Ich hatte 1 AB! Digga! Manche ist ziemlich doll. Warum beginnt gleich die Zone? Guck dir das an! Jo! Darüber soll man nicht gehen. Loll! Es geht los! Oh! Ja, ich hab doch die Pyramide geplaced. Welchen deutschen Spieler feierst du richtig gerne und guckst du auch drauf? Kamu und Raskology. Ich wirklich auch Raskology. Kamu auch. Isa auch. Und Reapers. Ja, Isa guck ich eigentlich noch relativ selben. Ja, Reapers guck ich auch auf uns. Boah. Boah, tschüss. Boah, tschüss. Boah, tschüss. Boah. 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 Hat's halt ihr auch grad so geleckt? Boah, das gibt's halt eben nur an der Schweiz. Boah, tschüss. Boah, tschüss. Boah, tschüss. Boah, tschüss. Der endet! Ach Degi, immer noch Bock? Degi, ich dachte ein Geist noch. Okay, das war alles. Das war alles. Scheiße. Handkopf, komm runter. Das war alles. Das war alles. Vielen Dank.